Ok, jetzt muss ich auf alles drauf springen. So, jetzt erstmal auf dich, weil du schießt. Das ist am störendsten. Dann gehen wir auf dich. Tschüss. Auf Power Piranhas springen, ey. Auf Piranha-Pflanzen springen, das ging ja auch noch nie. Dann auf dich. Sehr gut, wir kommen weiter in unseren Münzen-Farm. Gibt's hier oben noch... Alter, wenn ich runterfahren würde, ich wäre... Oh nein, ich hab's gesagt, das wird geschehen. Jippee, ja, da nutzt die Münzen-Hype. Aber ich hab doch vorher die Endend... Die Endendel, mhm. Die Endinsel hab ich vorher so gesehen, am Anfang gesehen. Ich wette, wir können da zurück. Wir müssen da zurückkommen. Anders könntest du gar keine 100 Münzen kriegen. Sind wir mal ehrlich. Das Münzen-Sammel läuft gerade auf jeden Fall gut. Ich bin sehr zufrieden damit. So, wir müssen jetzt irgendwie da rüber. Es war zu früh, okay. Was ist hier? Warum kann man hier schwingen? Ach, für die Münze. Noch mehr. Ja. Hui. Und... Heppa. Ah, hätte ich gar nicht gebraucht. Okay. Hallo, du. Du. Hey, du. Hör mir mal und friss mich nicht auf. Äh, jetzt müssen wir hier hoch. Hier ist noch eine Münze. Wir sind im Münzen-Rausch. Mario im Münzen-Monocle. Ja, ja. Affe hat mich zu einem Rennen herausgefordert. Und dann, naja. Halt die Fresse, bevor ich dich köpfe. Danke. Wir brauchen noch wie viele Münzen? Ja, egal. Wir sind nirgends mit uns mehr, ne? Nee. Ah. Äh, ich brauch frei noch drei. Hallo? Außer? Geht nicht. Okay. Dann halt nicht. Bevor ich mit dir spreche. Genau, danke. Hm. Oh, Leute, ich bin einfach draufgesprungen. Ja, aha. Ich, äh, habe diesen verrückten Bitzkopf erwartet. Nicht dich, äh, na. Du scheißt mir, wir müssen zusammennehmen dieses Wanderabzeichen als Preis dafür. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Also bis dann, du süchtiger Bergsteiger. Ja. Ich habe 97 Münzen. Ich brauche 100 oder muss zurück zum Anfang. Wie geht das? Ich möchte, wir werden natürlich nicht die Stellen sammeln. Ähm. Da. 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 Nee, wo ist denn die? Ich habe die doch vorher gesehen. Ich gehe mal nochmal da hoch. Wir dürfen nur nicht, wenn wir denn schnell sind, sind wir dann schreien. Geht er hoch, Mario? So, jetzt haben wir nämlich bessere Aussicht. Wo waren jetzt die Anfangsdingens? Mario. Ich habe den Vulkan. Mann, da ist der Anfang. Da ist ein One-Up. Hä? Aber wie sollen wir die 100 Münzen sammeln? Das geht ja davor gar nicht. Lass mal was probieren. Wir brauchen den Ding ja sowieso nicht. Okay, jetzt sind wir hier. Ich möchte nicht mit diesem unnötigen Huren... Ich glaube, ich werde gleich anfangen zu googeln. Wow, wir haben doch fast gestorben. Ah, halt, warte mal. Okay, wir sterben hier doch. Oder? Google! Google, 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 Google. Ihr seht es ja sowieso, weil das Klopaufnahme, oder ihr seht es, ne? Ihr seht es so. Oh, super, super, super Mario Galaxy 2. Wie hieß das Level? Wie hieß das Level, Leute? Watte-Wolken-Galaxie. Watte-Wolken-Galaxie. Versteckte Sterne. Watte-Wolken-Galaxie. PV-Player, streckiger Turm? Matta-Wolken-Galaxie. Ja, wo steht das jetzt? 1, 4, 1, geheime Power, streckiger Turm. Ihr braucht es in diesem Moment, um ein Gourmet-Luma bezahlen zu können. Eines gibt es auch beim Luma noch einiges zu finden. Wenn ihr keiner mehr findet, macht euch das auf dem Weg hierhin. Gleich am Startpunkt solltet ihr mit Hilfe eurer Wolken auf den Baum gelangen können. Nutzt den Sternenring dort, um zum... Naja, haben wir gemacht. Habe den Kurs zusammen, gescheffelt, verwandelt, verwandelt sich in einen weiteren Sternenring, der sich in einen neuen Planeten führt. Im Grunde müsst ihr nicht sein und zünder als mit Hilfe der Wolken und Marius... Ja, toll, aber wie will ich 100 Münzen sammeln, wenn ich beim Gourmet-Luma bin? Das ist ja ganz am Anfang des Levels. Das ist so die Sache, die ich nicht so richtig verstehe. Weil wenn ich beim... Ich kann ja niemals 100 Münzen haben, wenn ich beim Gourmet-Luma bin. Das geht ja nicht. Hallo. Ich möchte Pause drücken. Spiel. Pause. Hallo. Spiel. Hallo. Alter. Jetzt trägt es mich gerade ein bisschen auf. Danke. Ich brauche 100 Münzen beim Luma. Das war also richtig. Aber wie sollen wir 100 Münzen sammeln, bevor wir in den ersten Sternenring gehen? Das kriegen wir doch gar nicht hin. Oder doch? Dann mache ich doch eine kleine Aufnahme, brauche ich ihn gucken mit dem Video an. Ja, jetzt warte mal. Luigi! Ja, schön mit Löschi. Schön mit Löschi. Schön mit Löschi. Verändert sich da ja nichts, oder? Okay, jetzt suchen wir noch mal alles ab, noch Münzen. Weil theoretisch müssen wir dann ja hier 100 kriegen können wir, oder können wir. Das ist doch schon mal ein bisschen mit Löschi. Die bitte auch noch, danke. Okay, das sind schon mal 8 Stunden, die wir übersehen, äh 8 Münzen, die wir übersehen haben. Gibt's hier nicht runter springen, Luigi, danke. Gibt's hier noch mehr solcher Bäume? Ne, aber stimmt da unten nochmal irgendwie irgendwas? Was ist das da? Achso. Okay. Wir werden es jetzt auf jeden Fall weiter versuchen. Warte. 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 Noch eine Münze. Und da gehen wir nachher hin. Hier sind noch... Ah, warte kurz den Vogel killen. Okay, später. Ist hier unten noch irgendwas? Nicht, ne? Also Powerstellen, die vom Himmel regnen. Ähm. Aha. Guck mal einer an, da ist eine Röhre. Okay, im Brochen her, wir müssen, die müssen Münzen kriegen. Kriege ich hier noch mehr? Ich wäre, da kommt eine zweite Stufe. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt? 29. Ja. Wenn da... Wir werden es einfach mal fertig sammeln, alles, was wir jetzt kriegen können. Und wenn wir in eine zweite Stufe kommen, müssen wir noch mal ins Level. Sorry, das ist gerade ein bisschen da und dass ich auch nichts rausschneide. Aber, äh... Wie gesagt, Vorproduktion und so, wenig Zeit zum Aufnehmen, deshalb lasse ich alles drin. Und blind. Moment. Ja, was mache ich eigentlich? Warte ich zu uns so lange. Hier ist auch nichts okay. 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 Sehr gut. Und dann versuchen wir noch mal unser Glück hier oben. Okay. 45 Münzen schon, das ist sehr... Naua! Das hat wirklich getan. Hier waren wir doch auch nicht oben, oder? Doch, hier waren wir nicht oben, oder? Doch, hier waren wir oben. Okay, und ich glaube, hier gibt es noch zwei Münzen, sonst aber nichts mehr. Und halt das hier. Ich glaube, beim Gourmet-Luma-Ober gibt es 40. Okay, dann muss es nicht reichen. Gut. Es kann natürlich sein, dass ich richtig hart verkackt habe. Und eigentlich in dem Baum gar nicht mehr Münzen farben könnte. Ich probiere es aber trotzdem aus, weil ich mir nicht sicher bin. Sorry dafür, aber wir wissen gleich mehr. So. Brauchen wir halt mal ein bisschen länger für den Stern. Mein Gott. Okay. Ich nenne euch das, wenn du zu Luigi wechseln willst. Ich mache auch Luigi mehr als machen. Ich glaube, ich habe das mitbekommen. Du hast jetzt mal diese verdammte... Ja, entscheide dich, wer von euch soll das sein. Ja, du, du, Luigi, du. Ja. So, wir gehen jetzt direkt in den Baum rein. Das hört sich irgendwie komisch an. Es ist nicht mal der Baum. Ja, gut, den Krimmerkirps, weil der lassen sich nicht in Ruhe. Und das ist dann nervig. So früh gesprungen. Natürlich. So, tschüss. Auf in dem Baum. Es ist immer noch nicht der Baum, Patrick. Aber, 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 halt die Fresse. Aber, okay. Ich führe gerne Selbstgespräche. Okay. Wir müssten ganz schnell im Kreis sein. Wir müssen ganz schnell im Kreis sein. Wir müssen das perfekt tun. Okay. Feuer kackt. Okay. Das reicht schon. Das reicht schon. Das ist vollkommen okay. Jetzt fahren wir noch die anderen Münzen. Ich meine, ja, wenn wir da immer alle bekommen hätten, hätten wir das schneller machen können. Aber, äh. Das muss ich dann mehrmals. Und, äh. Äh. Da hinten waren noch Münzen. An dem Part. Nein, dem Part haben wir es wahrscheinlich nicht mehr. Weil er geht wahrscheinlich in einer Minute oder so. Aber, auf jeden Fall, darf man das schaffen. Das noch. So, wenn ich jetzt hier nichts verpasse. Was ich jetzt werde wahrscheinlich. Äh. Äh. Okay, tu ich nicht. So. Hier war sonst nix. Da war auch keine Münze. Die können wir uns kurz farmen. Okay. Auf, hier hoch. Hier waren wir Sternenthalender. Genau. Ich werde aber, das ist so ausgedrückt, dass du in dem Baum... Wow, wo geht denn da hin? Hier. Dass du in dem Baum äh genügend bekommen kannst. Ich werde, das ist so ausgelegt. Jetzt haben wir das übrigens alle einen. Auch wenn beim Luma ja oben 40 sind. Aber ich werde das sowieso nicht alle kriegen. Und daher werden wir uns jetzt nochmal ganz kurz die hier snacken. Also die paar hier. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen länger dauert. Aber hey, wir haben doch Zeit, oder? Muss dieses Projekt unbedingt zu schnell vorbei sein? Das macht ja Spaß. Dann kann es ja auch ein bisschen länger gehen, oder? If you know what I mean. Steh ab. Auch nicht du. Steh ab. Äh, steht ein bisschen schräg ab, ob geht. Ist okay. Ist legitim. So, ich sammle jetzt die paar hier trotzdem noch. Meine... Wenn ich beim Luma oben verkackt die Münzen... ...haben wir halt einfach noch ein bisschen Reserve. Deshalb mache ich das. Moment mal. Weiter geht's. So, ich glaube, ich... Ah, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mal kurz eine neue. Dass wir kurz hier rüber können. Uns die zwei hier noch snacken. Und dann sagen wir mal tschüss. Ah, 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 ah. Ich weiß es nicht, ob wir die Kinder braucht hätten. Ich wollte gerade schon wieder eine Stammvartage machen. So, und 19 müssen wir beim Luma ja wohl farben können. So. Jetzt dürfen wir ein bisschen blind springen. Was mir nicht ganz so gut gefällt. Okay. Wir sind sicher. Hyper. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich hasse zurücklaufen. Wah. Ähm. Hier hinten, ne? Genau. Nice. Wir sind so gut wie da. Solange jetzt nicht mehr irgendwas unglaublich schief geht, was bei mir sowas von passieren könnte. Wie zum Beispiel, dass ich so dumm bin, um beim Luma zehn Münzen zu sammeln. Aber das sollte eigentlich nicht passieren. Das, 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 das sollte eigentlich nicht passieren. Aber ich traue mir alles zu. Okay, nice. Wir haben es doch gerade bekommen. Nice. So. Luma, du hast dein Essen. Ich bin so hungrig. Gibst du mir eure Münzen zu essen? Die sind so lecker. Wenn ich 100 Münzen esse, verwandele ich mich. Au, fein. Ich habe gerade einen solchen Kohldampf drauf. Oh ja, das war's. Mein Bauch ist zu voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Gut, dass meine Eltern gerade gegangen sind. Wirklich gerade eben. Der Schnitt war, weil mein Vater reinkam. Dass sie jetzt weg sind. Geburtstag, der gehe ich nach oben. So, neuer Planeten wurde geboren. Der Typ wird einfach zu einem Planeten. Wir sollten da jetzt halt nicht verkacken. Das wäre sonst ein bisschen doof. Ja, das machen wir nicht. Wären wir nicht. Ah, ist sowieso ein Checkpoint. Das 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 ist sowieso ein Checkpoint. Vielen Dank.